Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir in Zeiten von Corona, Schulschließungen, Universitätsschließungen, das öffentliche Leben wird heruntergefahren, trotzdem weiter guten Unterricht machen können. Und die Gedanken möchte ich jetzt mit euch teilen. Klassischer Unterricht sieht ja so aus, dass der Lehrer Erklärungen gibt, Fragen beantwortet und Aufgaben stellt und dass die Studenten oder Schüler Erklärungen erwarten, Fragen stellen und Aufgaben lösen. Und das Ganze passiert zu bestimmten Rahmenbedingungen, nämlich gleichzeitig, denn wir treffen uns ja im Kurs normalerweise immer zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, im gleichen Kursraum und wir bearbeiten auch die gleichen Aufgaben in der Regel. Das sind die Rahmenbedingungen für einen klassischen Unikurs. Und aus diesen Rahmenbedingungen ergeben sich bestimmte Sozialformen. Denn wenn wir zur gleichen Zeit im gleichen Kursraum sitzen, dann können wir neben der Einzelarbeit auch Partnerarbeit machen, mit dem der neben uns sitzt, oder Gruppenarbeit machen. Und für den Lehrer gibt sich als Sozialformen hier dann der Frontalunterricht und der Gruppenunterricht. Auf der anderen Seite schauen wir uns nochmal kurz die Motivation an. Meine Schüler sind oder meine Studenten sind da, weil sie lernen wollen und natürlich, weil es ihnen der Stundenplan vorgibt. Denn der sagt, um die Zeit hast du den Unterricht. Und bei mir als Lehrer schaut es genauso aus. Ich will natürlich unterrichten und wann ich unterrichte, gibt mir natürlich auch wieder meinen Stundenplan vor. Wie gesagt, das sind die Rahmenbedingungen für den klassischen Unikurs. Durch die Corona-Pandemie haben sich jetzt diese Rahmenbedingungen geändert. Da gibt es direkte Veränderungen und indirekte Veränderungen. Die direkten Veränderungen sind ganz klar. Erstmal, es gibt keinen festen Ort mehr für den Kurs. Klassenzimmer oder Kursraum bleiben leer. Und es gibt noch eine zweite direkte Veränderung. Die betrifft nämlich die Unterrichtszeit. Dadurch, dass Schulen, Kinderbetreuung, Kindergärten und so weiter geschlossen sind, können die Lehrer ihre festen Kurszeiten oft nicht mehr einhalten. Das heißt, durch die fehlende Kinderbetreuung bei Lehrern entstehen plötzlich flexible Kurszeiten. Feste Kurszeiten funktionieren nicht mehr. Und das hat Auswirkungen auf den Unterricht. Das sind nämlich die indirekten Veränderungen. Dadurch, dass unsere Rahmenbedingungen die Sozialformen vorgeben, müssen wir uns vielleicht neue Sozialformen überlegen. Das bedeutet, die veränderten Rahmenbedingungen brauchen neue Unterrichtsideen. Also die Frage, ein Unikurs oder ein Unterricht insgesamt unter neuen Bedingungen. Wie sieht das aus? Wie können wir uns das Ganze vorstellen? Und dazu habe ich mir, wie gesagt, ein paar Gedanken gemacht, die ich euch jetzt zeigen möchte. Gehen wir noch mal kurz zum klassischen Unterricht. Die Sozialform Frontalunterricht benutzt man ja normalerweise in den Erklärphasen. Als Lehrer erkläre ich Grammatik zum Beispiel oder stelle Aufgaben oder beantworte Fragen. Und meine Schüler oder meine Studenten erwarten die Erklärungen und stellen Fragen, die ich dann beantworten kann. Das Ganze zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, gleiche Inhalte. Wie machen wir das jetzt, wenn der Unterricht nicht gleichzeitig stattfindet und auch nicht am gleichen Ort? Nun, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir die Erklärphase zum Beispiel online gestalten können. Und zwar haben wir die Möglichkeit einmal über Lehrvideos oder über Online-Präsentationen. Lehrvideos und Online-Präsentationen würden jetzt meine Präsenzphase ersetzen. Das Ganze braucht dann keine Gleichzeitigkeit mehr, denn die Online-Präsentationen oder das Lehrvideo können die Studenten anschauen, wann sie wollen. Wir brauchen nicht den gleichen Ort. Das kann jeder anschauen zu Hause. Aber wir brauchen in dem Fall immer noch die gleichen Aufgaben und die gleichen Inhalte. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, für die Erklärphasen sehr gut. Auch wenn ich Aufgaben stellen möchte, sehr gut. Was ich an Technik dafür brauche, ist einfach nur ein PC, ein Laptop oder ein Tablet. Der Ort, wo das Ganze stattfindet, wären dann zum Beispiel bei uns der virtuelle Campus, VC oder die Lernplattform, MIBIS und, und, und. Oder schlicht und ergreifend ein YouTube-Kanal, den ihr euch anlegt, in dem ihr alle eure Erklärvideos parken könnt. Programme, mit denen man das machen kann. My Simple Show ist zum Beispiel ein Programm, mit dem ich schon das eine oder andere Lehrvideo gemacht habe. Man kann das aber auch einfach nur mit PowerPoint machen, entweder als Online-Präsentation oder man kann dann die Präsentation laufen lassen und aufnehmen. Explain Everything ist ein Programm, mit dem ich viele Erklärvideos mache. Das hier zum Beispiel auch. Das für mich sehr gut funktioniert. Gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Nun will ich aber nicht nur erklären, sondern ich muss ja auch Fragen beantworten. Das heißt, hier wird es interaktiv. Hier kann mir ein Online-Video nicht mehr helfen. Dafür gibt es die Möglichkeiten, dass man eine Videokonferenz macht oder eine Audiokonferenz oder einfach nur einen Chat. Da habe ich jetzt aber die Rahmenbedingungen, das muss gleichzeitig sein. Eine Videokonferenz kann ich nicht zu unterschiedlichen Zeiten führen. Ich muss aber nicht am gleichen Ort sein. Trotzdem haben alle immer noch die gleichen Inhalte und Aufgaben. Jetzt kann ich zum Beispiel Aufgaben bearbeiten oder ich kann Fragen beantworten oder auch im Sprachunterricht Phonetik kontrollieren. Das heißt, meine Schüler, meine Studenten lesen Texte vor. Ich kann das Ganze beurteilen, korrigieren, darauf einwirken. Technik ist wieder PC, Laptop oder Tablet. Und Programme wären Fair Meeting. Das geht zum Teil auch über Explain Everything mit der Audio-Funktion. Bitpaper ist ein Whiteboard mit einem Video-Chat zum Beispiel. Das sind so verschiedene Möglichkeiten, die man hat, in dem Bereich jetzt zu unterrichten. Was aber hier auffällt, ist, dass die Sozialformen unter meinen Studenten in der Regel Einzelarbeit sind. Das heißt, ich kann zwar mit jedem interagieren, aber meine Studenten interagieren nicht miteinander. Wie ich das mache, schauen wir uns dann als nächstes an. Gehen wir wieder zuerst zum klassischen Unikurs. Also, meine Studenten bekommen Aufgaben und die können sie jetzt in Einzelarbeit lösen, aber auch in Partnerarbeit und in Gruppenarbeit. Und die Lösungen können sie mir dann präsentieren. Wie mache ich das jetzt im Online-Unterricht? Hier bietet sich zum Beispiel Projektunterricht an. Das heißt, ich gebe meinen Studenten ein Projekt, ich stelle bestimmte Aufgaben, zum Beispiel baut ein Referat, macht ein Referat über die Stadt Bamberg, sucht die Informationen dazu, stellt die Informationen zusammen und präsentiert die Informationen in einer Präsentation. Und das Ganze machen wir im Internet, in einem gemeinsamen Raum im Internet. Dieser gemeinsame Raum kann sein, zum Beispiel bei uns wieder der virtuelle Campus. Dort kann man mit Pads zum Beispiel arbeiten oder das kann eine Cloud sein von einem bestimmten Programm. Programme wie MySimpleShow, EtherPad oder CryptPad, die es möglich machen, dass mehrere Leute gleichzeitig an einem Ort zusammen arbeiten, virtuell. Wie das ein bisschen funktioniert, habe ich am Beispiel von CryptPad und von Explain Everything in meinem vorigen Video schon gezeigt, über die drei Tools für den Online-Unterricht. Das Ganze schaut nun so aus. Der Lehrer stellt die Aufgaben, bildet vielleicht auch Gruppen und ist ansonsten der Lerncoach und kontrolliert natürlich. Die Studenten können jetzt entweder in Einzelarbeit am Projekt arbeiten, in Partnerarbeit oder auch in Gruppen gleichzeitig an einem Projekt arbeiten. Sie können es gleichzeitig machen, müssen es aber nicht. Sie müssen auch nicht am gleichen Ort sein und Sie können zwar die gleichen Aufgaben machen, wir können aber auch differenzierte Aufgaben verteilen. Wieder an meinem Beispiel vom Referat. Ich gebe einer Gruppe die Aufgabe, sucht die Sehenswürdigkeiten der Stadt Bamberg zusammen und präsentiert Bilder. Nächste Gruppe vielleicht bekommt die Aufgabe, sucht die wichtigsten Informationen, Einwohnerzahl, Größe der Stadt usw. zusammen und präsentiert sie. Die dritte Gruppe bekommt vielleicht die Aufgabe, baut aus den Bildern und dem Text zusammen die Präsentation. Jetzt arbeiten meine Studenten in Gruppen. Das müssen Sie nicht gleichzeitig machen. Das können Sie tatsächlich auch zu unterschiedlichen Zeiten machen. Aber wichtig ist, dass es immer so etwas wie einen Jour Fix gibt. Also, legt euch einen festen Termin vor, zum Beispiel jeden Tag morgens um 8.30 Uhr oder 9.30 Uhr und dann haben wir 30 Minuten Zeit, an dem die Studenten ihre Fragen klären können, Probleme klären können und ich ein bisschen checken kann, was haben sie gemacht bis jetzt, wie weit sind sie, brauchen sie meine Hilfe. Wo brauchen sie meine Hilfe? Das heißt, hier bin ich der Lerncoach und hier wird das Ganze auch interaktiv in meine Richtung. Für die Kommunikation bietet sich an ein Chat, das kann jetzt wieder sein ein Video-Chat, das kann sein ein Audio-Chat oder einfach nur via Mail, dass meine Studenten mir schreiben, wenn sie Probleme haben und ich dann darauf reagieren kann. Jetzt haben wir mehr Sozialformen, die wir anwenden können, die Studenten anwenden können. Die Studenten lösen ihre Aufgaben und sie machen das vor allen Dingen selbstorganisiert. Das bedeutet natürlich von der Lehrerseite ein wenig mehr Vertrauen. Es ist einfacher, wenn ich das Ganze im Unikurs mit meinen Studenten vor mir habe, denn dann kann ich von Tisch zu Tisch gehen, kann immer wieder kontrollieren und habe die Gewissheit, dass sie tatsächlich auch das machen, was ihre Aufgabe sagt. Leergere ich das Ganze jetzt ins Internet aus und vor allen Dingen auch nicht mehr gleichzeitig, sondern jeder darf es zu der Zeit machen, wann er möchte, dann habe ich als Lehrer ein bisschen mehr Unsicherheit. Ich weiß nicht genau, ob das passiert, was ich möchte, aber meine Studenten lernen Selbstorganisation. Und das ist etwas, was wir auch beibringen sollten und ich sehe das als Chance für den neuen Unterricht. Was die Präsentation der Ergebnisse angeht, haben wir übrigens auch viele Möglichkeiten. Klassisch wäre die Präsentation im Sinne von einer PowerPoint. Oder aber, wir nehmen ein Programm, mit dem unsere Studenten ein E-Book bauen können. Dann bauen sie so etwas wie ihr eigenes Lehrbuch. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir sie animieren, einen Lehrfilm zu drehen, ein Lehrvideo zu machen. Oder aber, sie machen so etwas wie einen Gruppenpodcast. Auch den kann man machen, ohne gleichzeitig im gleichen Raum sein zu müssen, wieder über eine Telefon- oder Videokonferenz. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich jetzt organisieren und wie kann ich kontrollieren, wer gerade in welcher Gruppe was macht, wenn meine Studenten und ich nicht im gleichen Zimmer sind und nicht zur gleichen Zeit an dem Projekt arbeiten, dann würde ich euch ein Board empfehlen. Hier ist es jetzt von CryptPad. Es gibt noch andere Geschichten, Trello und so weiter, mit denen man Arbeit organisieren kann. Das Ganze schaut so aus. Ihr habt auf der einen Seite die zu erledigenden Aufgaben, die Aufgaben, die ihr verteilt. Dann habt ihr hier die Aufgaben, die in Arbeit sind. Eure Studenten können hier mit eingeladen werden über diesen Link, an diesem Board mit euch zu arbeiten. Wenn eine Gruppe dann eine Aufgabe bearbeitet, dann schiebt sie das ganz einfach von zu erledigen in die Richtung in Bearbeitung. und wenn etwas erledigt ist, in Richtung erledigt. Und dann könnt ihr immer zu diesen Jour-Fix-Terminen schauen, was ist noch zu erledigen, was ist in Arbeit, was ist erledigt, wo gibt es Probleme und so weiter. Das ist also eine Möglichkeit, eine einfache Möglichkeit, wie ihr diese Aufgaben, die ihr verteilt, auch immer wieder kontrollieren könnt und sehen könnt, wie weit sind eure Studenten. Also kurz nochmal zusammengefasst. Das, was klassisch die Erklärphase ist, können wir neu auslagern in Videochats, in Erklärvideos oder in Präsentationen. Das, was klassisch Referate sind, können wir ebenfalls über Videochats oder Videos machen. Das heißt, entweder treffen sich meine Studenten und ich in einem Videochat. Eine Gruppe hält ihr Referat über Videochat. Die anderen können sich Fragen notieren und wir können danach im Videochat darüber diskutieren. Oder ich bitte meine Studenten, aus ihrer Präsentation ein Video zu machen. Audio und Bild und kann dann dementsprechend zum Beispiel Phonetik, Wortschatz, Grammatik und so weiter bewerten. Das, was die klassische Arbeit mit dem Buch ist, geht online natürlich auch. Im Idealfall hätten alle, unsere Studenten genauso wie wir, das Buch schon in digitaler Form vorliegen, sei es als PDF oder als interaktive Datei. Wenn das nicht funktioniert, könnte man sich immer noch damit behelfen, dass man entweder Fotos von Seiten macht oder Seiten scannt und das Ganze in Pads oder auf interaktiven virtuellen Whiteboards mit den Studenten bearbeitet. Und auch die klassischen Aufgaben, die man lösen lassen kann, kann man in Pads machen oder als Online-Quiz wie Kahoot, Socrative, Quizzes und so weiter oder als Online-Aufgaben wie zum Beispiel bei learningapps.org. Ein paar abschließende Gedanken hätte ich noch für euch. Und zwar zieht nicht den Präsenzunterricht eins zu eins online durch. Das funktioniert nicht. Es gibt keine 90 Minuten Videokonferenz, die wirklich gut funktioniert. Dann ertränkt eure Schüler oder Studenten nicht in einer Arbeitsblätterflut. Denn die besten Arbeitsblätter helfen nichts, wenn sie sich damit alleingelassen fühlen, wenn sie keinen Lerncoach haben, der sie begleitet, wenn sie bei Fragen kein Feedback bekommen. Und zwar nicht schnell Feedback bekommen. Wenn ihr Projektarbeiten verteilt, verteilt sinnvolle Projektarbeiten. Es geht nicht darum, unsere Studenten jetzt zu beschäftigen, sondern es geht um Lehre. Das heißt, ihr solltet immer euer didaktisches Ziel im Hinterkopf haben. Was möchte ich erreichen? Wo sollen meine Studenten, meine Schüler am Schluss rauskommen? Und klebt nicht an diesen 90 Minuten Unterricht. Auch wenn wir es gewohnt sind, in die Klasse zu gehen, in den Kurs zu gehen, 45 oder 90 Minuten zu unterrichten und rauszugehen, jetzt müssen wir ein bisschen umdenken. Wenn nötig, splitten wir die Unterrichtszeit auf. Montag, 9.30 Uhr bis 10 Uhr, Zeit für Fragen, Erklärungen und so weiter und die restlichen 60 Minuten haben die Studenten zur freien Verfügung für ihre Projektarbeitszeit und ob sie das jetzt gleich im Anschluss machen, ob sie das am Nachmittag machen, ob sie das am Abend machen, da überlassen wir den Studenten die Möglichkeit, sich ihre Zeit frei einzuteilen. Aber, wie gesagt, macht einen Schuh fix aus. Diese festen Termine für das Coaching, für das Erklären, die sind wichtig und habt Vertrauen in eure Studenten. Auch wenn man als Lehrer gerne die Kontrolle behalten möchte und immer gerne sieht, was machen meine Studenten wann, müssen wir jetzt anfangen, unseren Studenten zu vertrauen. Die Präsenzzeit mit der entsprechenden Kontrolle ist online schlecht möglich. Und auch wenn es für uns mehr Arbeit und auch mehr Unsicherheit bedeutet, sollten wir das hier nicht als eine Krise sehen, sondern als eine Chance, dass wir das Lehren, das Unterrichten in die Moderne bringen, ins 21. Jahrhundert bringen. Ihr seht also, für alles, was im klassischen Unterricht passiert, für jede Arbeitsphase, für jede Sozialform, können wir uns ein Tool im Internet suchen, das wir ähnlich oder genauso benutzen können. Was für mich als Fazit bedeutet, auch wenn sich die Rahmenbedingungen gerade geändert haben und auch wenn es ein bisschen schwierig am Anfang sein könnte, muss ich sagen, gute Lehre ist möglich. Und das wollte ich euch mit diesem kurzen kleinen Video zeigen. Wenn es euch gefallen hat, teilt dieses Video, zeigt es den anderen Kollegen, die noch skeptisch sind, die noch Fragen haben, die sich unsicher fühlen und vor allen Dingen, Sharing is Caring. Wer schon mit der Online-Lehre weiter ist, wer sich auskennt, sucht euch Kollegen, schnappt sie euch, geht mit ihnen ganz kurz mal die wichtigen Themen durch, einfache Programme durch und zeigt ihnen, Online-Unterricht ist kein Hexenwerk. Wir sehen uns, euer Norbert.